Hallo und herzlich willkommen! Herzlich willkommen bei HIFI im Hinterhof, heute aus unserem TV-Studio. Wir möchten euch die Techniken OLED von LG und SUHD von Samsung näher bringen. Die OLED-Technik gibt es seit nunmehr zehn Jahren. Hierbei wird mittels Kohlenstoff der Pixel aktiv zum Leuchten gebracht. Das heißt, fließt kein Strom, haben wir ein hundertprozentiges Schwarz. Damit wird eine besonders tolle Farbdynamik, Kontrast und auch ein perfekter seitlicher Betrachtungswinkel geschaffen. Es gibt die Geräte in den großen 55 wie 65 Zoll, in gerade und auch gecurved. Den 55 Zoll gibt es weiterhin auch in Full HD, alle weiteren Modelle in Ultra HD. Insgesamt stehen derzeit drei Serien zur Verfügung. Alternativ zu den OLED-Geräten hat Samsung die neue SUHD-Technik im Rennen. SUHD bedeutet keine andere Auflösung, sondern vor die dauerhaft leuchtenden LEDs wird eine Schicht von Nanokristallen gesetzt. Dabei entsteht ein erweiterter Farbraum mit mehr Licht, mehr Farben und einer viel besseren Farbdynamik. Die Geräte gibt es in den Größen ab 48 Zoll bis hin zu 88 Zoll. Es sind Modelle in Gerade wie auch Curved Design erhältlich. Mit Edge LED oder auf Full LED. Ganz spannend ist sicherlich hierbei auch der deutlich günstigere Preis. Wenn ihr euch die Techniken mal live anschauen wollt, freuen wir uns auf euren Besuch und nehmen uns gerne Zeit, euch alle Details nochmal zu zeigen. Das war übrigens auch im Bestand im Jäten dazu. Die erste tabeln, wenn sie weiter im Kopf und drinnen. Ja, ich habe nur noch nie mit den nächsten Mal. Ich weiß es, was das heißt, was ich überrasch пять, die Zeit, auch ein Schicht schaufte aus derbyggen. Oh, was es macht absolut kaffee. Die zweite Seite ist nicht im Mann aus.